Hallo, heute in meinem Video gebe ich dir eine interessante Methode, um ziemlich schnell eine wichtige Antwort für dich zu bekommen. Auf deine Frage zum Beispiel, was fehlt mir jetzt oder was brauche ich jetzt oder was kann ich jetzt tun? Diese Methode ist ein bisschen ungewöhnlich, hat mit der vedischen Numerologie zu tun, aber auch ein bisschen mit Intuition und mit dem Glauben an höhere Macht in uns. Und auch ist das eine schnellere Möglichkeit, überhaupt eine Antwort vom Universum zu bekommen. Als Hilfe für die aktuelle Situation, vielleicht als Lösung für eine schwierige Situation für dich oder für etwas, was dich schon lange beschäftigt. Um diese Methode oder diese Energie oder diesen Ratschlag des Universums zu nutzen, denk jetzt an eine Zahl von 1 bis 9. Und die Zahl, die du vor dir siehst, die jetzt zu dir kommt, das ist die Zahl deiner Antwort. Und ich werde dir gleich sagen, was das bedeutet. Wenn du die Zahl 1 vor dir gesehen hast oder gleich an die Zahl 1 gedacht hast, ja, also richtig wäre es, dich zu fragen, was brauche ich jetzt, was wäre der Rat vom Universum jetzt für meine jetzige Situation? Wenn du dann nach dieser Frage an dich selbst die Zahl 1 gesehen hast, dann ist die Bedeutung folgend. Eventuell hast du momentan sehr viele Gedanken, sehr viele Ideen, eigene und auch nicht eigene und hast so ein Brei im Kopf und du weißt gar nicht mehr, wohin du eigentlich willst, was wirklich wichtig ist für dich. Sag dir das Universum als Antwort, nicht alle Ideen, die du momentan im Kopf hast, sind deine Ideen. Tatsächlich haben da sehr viele Menschen mitgeredet. Vielleicht Menschen, die für dich etwas Gutes gewünscht haben, vielleicht war das gut gemeint für dich. Aber die Empfehlung vom Universum ist so, dass du selber erstens dir Zeit gibst, um zu dieser Klarheit zu kommen, was du wirklich willst, wo du wirklich hin willst und dass du wirklich selber diese Entscheidung triffst. Andere Menschen reden seit Jahrhunderten, aber die Zahl 1 sagt dir, vertraue deine Entscheidung und übernehme die Verantwortung auch für deine Entscheidung. Vertraue dir selbst, vertraue deinen Ideen, das was du denkst, richtig wäre, das was du denkst, für dich besser wäre. Nicht, was die anderen meinen, dass es für dich besser wäre. Sehe diese Entscheidung, die du selber triffst, als eine Chance für deine Weiterentwicklung als Persönlichkeit. Wenn du vor einer Entscheidung stehst oder viele Ideen hast, was deine Familie betrifft, und vielleicht gibt es in dieser Familie Menschen, die wirklich bedürftig sind und deine Hilfe brauchen, In diesem Fall solltest du tatsächlich einen Kompromiss schließen, aber auch dieser Kompromiss sollte für dich gut sein. Diese Entscheidung sollte für dich gut sein. Die Empfehlung des Universums ist, egal wie du dich entscheidest, muss diese Entscheidung für dich und für die anderen gut sein. Aber vergiss dich selbst nicht und glaube an deine gute Intuition und an deine richtige Entscheidung. Wenn du, nachdem du die Frage gestellt hast, was fehlt mir jetzt, was könnte ich jetzt tun, um eine bestimmte Situation zu lösen oder eine bestimmte Unzufriedenheit zu lösen, und du gleich die Zahl 2 gesehen hast, dann geht es darum, dass du das Gefühl hast, du bräuchtest noch deine Beziehung, deinen Chef, deine Freunde, also du fühlst dich abhängig von anderen Menschen. Und für dich ist eventuell zu wichtig, was diese anderen Menschen über dich oder über deine Entscheidungen, über deine Handlungen denken. Und oft stellst du fest, bewusst oder auch unbewusst, dass du eigentlich nach Anerkennung und Liebe anderen Menschen auf die Jagd bist, dass du immer noch sehr abhängig von den Meinungen anderer Menschen bist, und dass für dich Meinungen anderer Menschen, Erwartungen anderer Menschen immer noch wichtig sind. Die Zahl 2 sagt dir, entwickle so ein Bewusstsein, Selbstbewusstsein, dass du unabhängig von anderen Menschen leben kannst. Denn in Wirklichkeit, alles funktioniert ganz anders. Wenn du selbstbewusst bist, wenn du diese anderen Krücken, Anerkennungen, andere Lob, andere Menschen nicht mehr brauchst, dann bekommst du Anerkennung, Lob und Liebe sogar von diesen anderen Menschen. Ja, das Prinzip funktioniert ganz anders. Solange du nach dieser Anerkennung aus bist, nach dieser Liebe von außen aus bist, nach diesem Lob von außen aus bist, geben diese Menschen dir das nur ganz wenig oder gar nichts. Erst wenn du selber dein Leben lebst und unabhängig bist, dann verehren sie dich. Dann bist du was, dann bist du jemand, mit dem sie auch zu tun haben wollen, diese anderen Menschen. Wenn du, nachdem du die Frage gestellt hast, was kann ich jetzt tun, wie kann ich meine Situation lösen, auf einmal die Zahl 3 vor dir gesehen hast, dann bedeutet es, dass du eventuell zu wenig Optimismus hast gerade, nicht genug offen für die Möglichkeiten bist, die dir das Universum gibt. Dass du dich selbst blockierst, dass du selber diese Möglichkeiten nicht sehen willst oder dir nicht erlaubst, optimistisch an dein Leben zu denken. Das Universum sagt, dass in dem Labyrinth, in dem du dich momentan befindest und wo du eigentlich nicht sein solltest, dass für diese Situation eine viel einfache Lösung geben wird. Das Universum wird dir helfen. Auch wichtig ist, und das ist die Empfehlung vom Universum, dass du dich vor Kontakten zu anderen Menschen nicht verschließt. Natürlich gibt es Menschen, mit denen man sehr viel Zeit verlieren kann, weil da nichts kommt. Aber gerade über die Menschen, über die anderen Menschen, wirst du einen Impuls bekommen. Es könnte ein Satz sein. Es könnte etwas Schriftliches sein. Oder vielleicht sagt jemand etwas, was dich eigentlich so direkt nicht betrifft, aber in dem Moment ist dieses Wort oder dieser Satz für dich ein Schlüssel für die Lösung deiner Situation. Deswegen öffne dich anderen Kontakten gegenüber und warte auf ein Zeichen. Deine Situation wird ganz einfacher gelöst, als du das denkst. Wenn du nachdem du dir die Frage gestellt hast, was kann ich jetzt tun, was fehlt mir, um etwas zu lösen, zu meistern, besser zu machen oder eine Entscheidung zu treffen, die Zahl 4 vor dir gesehen hast, Das bedeutet, dass du momentan in einer Transformation dich befindest. Dass du das Gefühl hast, nicht genügend, keine solide, unterstützende Plattform zu haben. Du hast das Gefühl, du möchtest weiterkommen, aber die Treppe unter deinen Füßen ist nicht stabil genug, damit du weitergehen kannst. Die Empfehlung des Universums ist hier, du befindest dich in einem Prozess, du bist schon auf dem Weg in deine Entwicklung nach vorne. Gib dir Zeit, geh mit kleinen Schritten, bald wird eine neue Stabilität, eine neue feste Treppe in dein Leben kommen. Es wird besser, es wird für dich etwas Neues, eine neue Welt, eine neue Welt, in der du eine neue Stabilität erleben wirst. Wenn du, nachdem du die Frage gestellt hast, was kann ich jetzt tun, was ist die Empfehlung des Universums, die Zahl 5 gesehen hast, bedeutet es, dass dir gerade jetzt an Leichtigkeit fehlt in deinem Leben, an einem Gefühl, voll frei zu sein, fliegen zu können, durch dein Leben. Solche Leichtigkeit fehlt dir. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, ich habe noch so viele Wünsche, aber etwas hält mich. Ich habe so Gewichte an meinen Händen und Füßen. und auch kann sein, dass ein monotones Leben dich nervt, dass du das Gefühl hast, du erstickst in so eine Eintönigkeit in deinem Leben. Du hast das Bedürfnis, mal was Neues zu sehen, neue Farben, neue Formen, etwas ganz Neues, aber du hast auf dich zu viel Verantwortung aufgenommen. Und auch mental hast du das Gefühl, dass du für alle zuständig bist oder dass du gar nicht frei bist. Das Universum empfiehlt dir, fühl dich frei. In Wirklichkeit bist du ein freier Mensch. Diese ganze Unbeweglichkeit und Freiheit hast du für dich selbst erschaffen. Und gönne dir etwas. Gib dir ein Geschenk. Geh tanzen. Geh essen. Kauf dir etwas Schönes. Bring dir Leichtigkeit in dein Leben rein. Und wir sehen, bald kommt eine gewisse Leichtigkeit in dein Leben. Wenn du die Zahl 6 vor dir gesehen hast, dann hast du eventuell das Gefühl, dass du irgendwie das Gefühl, dass alles gut ist, das Gefühl, sich wohl zu fühlen, gar nicht hast. Egal, was du tust, wie viel du tust, es ist einfach diese Befriedigung nicht da. Oder das Gefühl der Zufriedenheit, das Gefühl, das Gefühl zu sein, ist nicht da. Manchmal kann es sein, dass du das Gefühl hast, wow, jetzt habe ich etwas endlich erreicht, jetzt sollte ich mich gut fühlen, erfüllt und glücklich fühlen. Und du hast das Gefühl, dass dieses wohlige Gefühl, welches du am Anfang gehabt hast, durch die Finger, wie das Wasser durch die Finger wieder wegläuft, dann ist die Empfehlung vom Universum für dich, versuch mal, egal was du machst, mit viel Liebe zu machen, mit Liebe zum Prozess. Hab keine Angst, dass du dich vorausgabst, dass du zu viel gibst. Du wirst alles zurückbekommen, die ganze Liebe, die ganze Inspiration, wirst du wieder zurückbekommen in deinem Leben. Auch sagt die Zahl 6, dass bald in deinem Leben eine neue Inspiration, eine neue Liebesquelle kommen wird, sei es eine neue Beschäftigung, eine neue Idee, etwas, was dich inspiriert oder sogar eine neue Partnerschaft, eine neue Begegnung, ein neuer Partner, eine neue Partnerin, die dich mit einer neuen Liebe und Zufriedenheit erfüllen werden. Wenn du die Zahl 7 gesehen hast, als Lösung für deine Situation, als Empfehlung vom Universum für deine Situation, dann kann es bedeuten, dass du momentan das Gefühl hast, dass dir eine bestimmte Magie im Leben fehlt, dass dir ein Glauben an deine Erfolge fehlt. Du hast das Gefühl, es muss etwas passieren, damit ich daran glaube. dass, damit ich glücklich bin, damit ich wirklich sicher bin, dass etwas Gutes kommen kann in meinem Leben. In Wirklichkeit steht eine positive Wendung schon wie Eintreten in dein Leben. Aber es kann sein, dass du eine Angst hast. Du spürst ja, dass jetzt etwas Positives kommen wird in deinem Leben. Und gleichzeitig hast du Angst, dass diese Erwartung nicht erfüllt wird. Das Universum gibt dir hier einen Rat, eine Empfehlung. Glaube in Wunder. Glaube daran, dass etwas Positives kommen wird. Etwas leicht Magisches, Positives. Und das wird tatsächlich kommen, wenn du diese Zahl jetzt gesehen hast, vor deinen Augen. Wenn du die Zahl 8 gesehen hast, kann es sein, dass du momentan an deinen finanziellen Fähigkeiten oder Möglichkeiten ziemlich zweifelst oder vielleicht hat eine Geldquelle versagt gerade oder du denkst, du bist nicht so erfolgreich wie andere Menschen, bist ein bisschen skeptisch gegenüber Möglichkeiten, mehr zu verdienen oder überhaupt deine Talente zu monetarisieren, dass du überhaupt mit deinen Talenten verdienen kannst. Andere Möglichkeit ist, dass du lange Zeit vielleicht das Gefühl gehabt hast, dass du andere Menschen mit Finanzen versorgen musstest. Eigene Kinder oder vielleicht Partner oder Freunde. Hast du vielleicht jemanden unterstützt? In Wirklichkeit die Zahl 8 steht auch für karmische Themen und jetzt, wenn du diese Zahl gesehen hast vor dir, dann heißt es, dieses Karma ist abgearbeitet und tatsächlich wird jetzt eine Verbesserung, was deine Finanzen betrifft, in dein Leben kommen. Wenn du die Zahl 9 vor deinen Augen gesehen hast, plötzlich, bedeutet es, dass dir momentan an deine Zielstrebigkeit fehlt. Du hast das Gefühl, du hast viele Ideen, aber die Resultate lassen auf sich warten und du verlierst die Geduld. Du möchtest, dass es sich schneller rentiert, du möchtest schneller Resultate sehen, aber so funktioniert im Leben nicht immer alles. Viele Dinge im Leben brauchen ihre Zeit, Geduld, Ausdauer. Befreie dich aus dieser Eile, sagt das Universum. Lass Dinge passieren, mach mit kleinen Schritten und Resultate werden zur richtigen Zeit kommen. Glaube an deine Ideen, verliere dein Feuer nicht. Und das ist auch das Thema von der Zahl 9, dass du manchmal das Gefühl hast, jetzt reicht mir mein Feuer, mein inneres Feuer, nicht mehr, um meine Ziele zu erreichen. Und ich schaffe das nicht mehr, irgendwie verliere ich dieses Feuer, ich brauche Energie von außen. Es wird sich bald ändern. Und ein anderes Thema ist, dass du vielleicht das Gefühl hast, das, was dich früher inspiriert hat, was dir früher Energie, dieses innere Feuer gegeben hat, dass es nicht mehr funktioniert. Das ist voll okay und das ist ganz normal. Wenn du die Zahl 9 gesehen hast, auf einmal, vielleicht in deinem Hirn, also, oder wirklich vor dir, bedeutet das, dass jetzt bald eine neue Inspiration kommen wird. Du wirst ein neues, innere Feuer erleben. Du wirst wieder inspiriert, neue Ziele verfolgen. Und du wirst genügend Ausdauer für diese Ziele haben. Wie wir sehen, das Universum unterstützt uns immer. Und was uns oft fehlt, ist das Vertrauen, dass alles gut wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, eine bestimmte Situation anders zu sehen oder vielleicht anders zu handeln oder vielleicht hast du jetzt mehr Zuversicht, mehr Glauben an dich selbst oder mehr Glauben an deine Zukunft. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du viele Menschen auf der Erde unterstützen möchtest, wenn du Menschen Zuversicht, Glauben und auch eine Zukunft und auch eine Wurzel geben möchtest, ein Zuhause geben möchtest, wenn du Menschen daran erinnern möchtest, wer, woher sie wirklich stammen, wo unsere wahre Wurzel sich befindet, wenn du ein altes, vedisches Wissen an andere Menschen weitergeben möchtest, Menschen ihre Aufgabe im Leben aufzeichnen möchtest, Menschen ihren Weg zu zeigen, Menschen zu unterstützen, Menschen ein Warum geben, Menschen ein Licht geben durch das alte, spirituelle, vedische Wissen, dann kannst du bei mir zum Beispiel den Kurs in vedischer Numerologie erlernen. Schon nach diesem Kurs kannst du Menschen beraten, kannst du in einem neuen Beruf, in einem sehr sinnvollen Beruf arbeiten. Oder du kannst bei mir eine ganze Ausbildung zum vedischen, astrologischen, numerologischen Berater, Beraterin machen, welche ab Januar 2024 startet. Die Ausbildung dauert neun Monate. Du bekommst alles, um in diesem so wichtigen Beruf, dieser Beruf wird, in diesem Beruf, dich selbstständig zu machen, ich gebe mein Wissen sehr bodenständig weiter, ja, für Selbstständige, bodenständig so, dass du auf der irdischen Ebene ohne jegliche Esoterik Menschen beraten kannst, dein Business aufbauen kannst und sehr viel Gutes machen kannst und sehr viel Gutes wird auch zu dir zurückkommen, wie es in meinem Fall ist. Jeden Tag kommt was Gutes in mein Leben, weil ich so viele Menschen unterstütze, durch dieses alte Wissen, welches ich aus meinem Land mitgebracht habe. Slavisch-Vedische Astrologie und Numerologie und, und, und. Dieses ganze Wissen erklärt das ganze System in diesem Universum, unser ganzes Leben auf der Erde. Jeder Mensch hat einen Seelenplan, jeder Mensch hat einen Lebensplan, jeder Mensch hat bestimmte Aufgaben, jeder Mensch hat bestimmte Ressourcen, Talente, Möglichkeiten. Im Vedischen haben wir Möglichkeiten, ohne Ende der Menschen eine Möglichkeit zu geben, aus sich viel mehr zu machen, als ein normaler Mensch das machen kann. Vedische Astrologische Numerologische Berater ist der Beruf der Zukunft. Ich bin mir sicher, dass die nächsten 20 Jahre werden Vedische Berater besonders gebraucht, denn Menschen wollen wissen, warum sie hier sind, was ist der Sinn vom Ganzen, was haben sie hier zu tun, wie werden sie glücklich, wo ist die Erfüllung, welche Erfüllung kann man haben, wenn man keinen Sinn für sein Leben sieht, wenn man nur diese Alltäglichkeit sieht. Das ist ja nicht alles. Im Vedischen lernen wir den Plan der Seele, was die Seele wirklich vorgehabt hat, vor der Inkarnation. Was war der Plan? Wir sehen einen ganzen Lebensplan eines Menschen im Vedischen. Die Ausbildung beginnt Anfang, am 22. Januar, zumindest bis jetzt, das ist das so geplant. Dauert neun Monate, kostet 149 Euro im Monat, wird monatlich bezahlt, also es ist keine große Belastung finanziell. Und man wird sehr, sehr weise und erfahren in Sachen Beratung. Beratung im spirituellen Bereich, aber es ist ein irdisches System. Astrologie ist eine Wissenschaft, dass es nicht wie Karten legen, ungefähr und intuitiv, manche sind gut, manche sind weniger gut. Astrologie ist eine konkrete Wissenschaft, eine ganz genaue Wissenschaft. Man muss nicht besonders hellsichtig sein. Man kann sehr bodenständig bleiben dabei, denn Planeten und Zahlen sagen alles. Man muss nur lernen, aus diesen Zahlen und Planeten zu lesen und vielen Menschen damit zu helfen und zu einem Licht in dieser momentan schwierigen Welt zu werden. Ich verabschiede mich von dir jetzt. Ich würde mich freuen, wenn du Numerologie und Astrologie lernst und dieses Wissen weiter in die Welt trägst, so wie andere Menschen das schon machen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video von mir, deine Inga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.